Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Video, mein Name ist Daron. Eigentlich immer, wenn ich so ein Depot-Update mache, wenn ich mal ein paar Dividenden zeige, auf irgendwelche Zahlen eingehe oder sowas, dann kommt mindestens ein Kommentar, boah, ich hätte überhaupt keinen Bock für so ein Kuchendiagramm oder sowas, mich da jeden Monat ein paar Stunden hinzusetzen. Ich möchte in diesem Video mal zeigen, dass das alles gar nicht so lange dauert, dass da ein großer Teil von automatisiert ist und dass ich ja die gesamte Verwaltung, um so eine Übersicht zu haben, um einen Überblick über meine Finanzen, Performance zu haben, Aktien, Vermögen, dass das eigentlich alles nur ein paar Minuten im Monat dauert. Und zwar beginnen müssen wir mit dem Depot. Und zwar, ich habe mehrere Depots und das funktioniert im Großen und Ganzen überall ähnlich. Und zwar hier sind wir jetzt gerade im Depot der Konsorsbank, da finde ich das besonders gut aufgearbeitet. Und zwar ist es ja einfach so, dass ich bin gerade hier in meiner Postbox, Online Archiv heißt das Ganze und hier kriegst du quasi eine Übersicht, wann, wenn irgendwas passiert ist. Das heißt, wir sehen hier, das sind Dividendengutschriften drin, hier sind Käufe drin von Sparplänen oder auch Einmalkäufe hier unten, der von Striker zum Beispiel. Also ich habe hier einfach eine Übersicht und diese ganzen Dokumente kann ich einzeln downloaden. Kannst halt hier drüben auf Herunterladen gehen oder aber zum Beispiel jetzt bei Sparplänen. Und ich habe jeden Monat hier, was haben wir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 werden ausgeführt. Also wähle ich die alle aus, na, wähle ich die alle aus und lade die einfach herunter. Bevor ich weitermache, ein ganz kurzer Hinweis, bei der Konsorsbank gibt es auch so intern wie so ein Portfolioaufbereitungssoftware und zwar ist das der Personal Investment Report, den muss man in den Einstellungen aktivieren. Ich sage es mal so, wenn man jetzt nicht so für dieses Thema brennt und da Bock hat, sich so tolle Übersichten anzuzeigen, dann ist das auch ein ziemlich guter Anfang. Und zwar kriegst du hier so einen, jeden Monat so ein Investment Report, das ist jetzt hier der Monatsabschluss. Kriegst halt dein Depot gezeigt, in was für Währungen du investiert bist, wie die Depotentwicklung war und das auch spannend im Vergleich zum, ähm, zum, zum restlichen Markt. Aber das Ganze gibt es dann auch noch auf Jahressicht, das heißt hier haben wir zum Beispiel Wertentwicklung für ihr Depot, ähm, vor zwölf Monaten, wie es heute aussieht, wie quasi die Wertentwicklung über die letzten zwölf Monate war. Dann auch ganz spannend, wie quasi mein Depot im Vergleich zum Rest performt hat. Das, was ich mir über Portfolio Performance anzeigen lasse, das hat man hier in der Zwölfmonatsübersicht, kriegt man auch einmal im Monat eine Abrechnung von. Also, wenn man jetzt nur eine Handvoll Werte hat und jetzt nicht so pingelig ist und da, ähm, die schöne Übersicht bei Portfolio Performance haben möchte, ich glaube für die meisten würde das hier auch reichen. Für mich reicht es nicht, ich finde es immer nett, mal, ja, schöne Visualisierung, aber im Großen und Ganzen ist das für mich nicht ausreichend. Also, ich lade die Daten hier runter, ich exportiere hier quasi die gesamten einmal Dividendengutschriften und auch alle Käufe und Verkäufe, die ich so habe und habe die dann hier in so einer, man könnte vielleicht sagen, Ordnerstruktur drin. Da sieht man, das Ganze habe ich grundsätzlich bei mir im OneDrive drin, das heißt, das Ganze ist auch in der Cloud drin, wenn ich mal, ähm, wenn der Rechner mal hops gehen sollte, was auch immer, ähm, diese ganzen Daten sind grundsätzlich alle in der Cloud drin. Und ich sortiere das quasi Portfolio Performance aus dem Jahr 2022 sind wir jetzt hier und habe ich dann halt die einzelnen Monate und dann immer einen Musterordner muss ich nur kopieren und einen Monat ändern und so weiter. Also habe ich mir alles schön aufbereitet. Und dann sehen wir jetzt hier zum Beispiel im Juni Konsorsbank Käufe, alle Käufe, die ich bei der Konsorsbank getätigt habe oder alle Dividenden, das heißt, das funktioniert ja einfach so. Ich gehe hier, wähle die alle aus, drücke auf herunterladen und exportiere die hier rein und dann habe ich diese ganzen PDFs einfach in dieser Ordnerstruktur drin. Der nächste Schritt ist dann, dass ich zu Portfolio Performance gehe und diese Daten hier einfach importiere. Ich habe ja diese ganzen PDFs, also das dauert keine Ahnung, ich mache die drei Depots auf, wähle die alle aus, herunterladen, sind vielleicht zwei, drei Minuten oder sowas, die das Ganze in Anspruch nimmt und dann geht es bei Portfolio Performance hier rein und da ist es einfach so, hier oben, Datei, Importieren, PDF, Bankdokumente. Da drückst du drauf, wählst die alle aus, musst du nicht einzeln auswählen, sondern wählst alle auf einmal aus und dann wird dir das Ganze hier rein importiert. Das Ganze funktioniert nur dann, wenn du diese Werte angelegt hast. Das heißt, du musst einmal am Anfang bei Portfolio Performance einen gewissen Aufwand betreiben und zwar sehen wir das hier oben. Das sind quasi alle Positionen, die ich hier mal irgendwie angelegt habe. Das heißt, du brauchst das Symbol, die ISIN, du kannst auch die WKN noch eintragen und so weiter und einen Börsenplatz. Das heißt, ich glaube, DE ist zum Beispiel Xetra, das heißt, du hast das Börsenkürzel.de, das ist alles recht einfach erklärt. Das ist quasi so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wenn du hier ein neues Wertpapier anlegst. Das funktioniert alles relativ einfach, kannst du hier oben machen. Mal gucken, es gibt grundsätzlich auf YouTube wirklich viele tolle Tutorials, wie man an Portfolio Performance sowas anlegt. Das ist quasi wirklich ein Tutorial, wie man das von Anfang bis Ende nutzt letztendlich. Ich nutze ja auch nur ein paar Funktionen davon. Man könnte das noch deutlich weiter ausbauen grundsätzlich, aber du musst einmal alle Werte, die du im Depot hast, einmal anlegen. Dauert aber, wie gesagt, auch nicht besonders lange. Dann importierst du diese ganzen Sachen und hast automatisch dann hier solche tollen Kuchendiagramme aufbereitet, wann du gekauft hast. In so einem PDF steht ja wirklich alles drin, welche Dividende kommt und so weiter. Diese ganzen Sachen hier, dass das alles so schön angezeigt wird, das passiert alles komplett automatisch. Das ist in dem Moment abgeschlossen, wo ich die PDFs heruntergeladen habe und hier wieder importiert habe. Damit ist der ganze Spaß letztendlich vorbei. Und ja, wenn ich so ein Depot-Update mache, dann springe ich ja hier oben immer durch die ganzen verschiedenen Depots von mir durch. Das habe ich, damit habe ich angefangen und wusste es nicht besser, muss man sagen. Man kann das auch alles in einem so einem Depot aufbauen. Das heißt, du musst nicht, wenn du jetzt sagst, du hast ein Depot bei der Comdirect, du hast eins bei, keine Ahnung, der Konsorsbank, du hast eins bei Interactive Brokers und so weiter. Du musst da nicht hier für jedes eins machen, sondern du kannst hier einfach mehrere Depots anlegen innerhalb von einem so einem Reiter. Ich habe das hier auch jetzt mal so teilweise gemacht. Ich hatte hier zum Beispiel mein Depot bei DGiro noch drin oder bei der Konsorsbank habe ich quasi ein reines ETF-Depot, wo eigentlich meine ganzen ETFs drin sind. Das kannst du hier grundsätzlich alles anlegen. Und dann kannst du dir das hier auch anzeigen lassen, Bestände, wenn wir das jetzt hier mal übernehmen. Zum Beispiel, ich habe ja hier, das ist nur ein, da habe ich nur ein paar Sparpläne laufen bei der Comdirect. Ich habe mehrere Comdirect-Depots, muss ich sagen. Und hier habe ich jetzt zum Beispiel in dem Fall einfach nur ein paar Sparpläne laufen. Und da kann ich mir halt die Übersicht komplett auch anzeigen lassen. Ich könnte mir hier auch mal nur anzeigen lassen, nur die Konsorsbank. Das ist quasi alles, was ich bei der Konsorsbank habe. Oder jetzt bei Finanzen Zero. Tja, da ist noch nicht ganz so viel passiert, da sieht noch nicht so viel aus. Aber du kannst hier quasi die unterschiedlichen Depots alle anzeigen lassen. Du musst es hier nicht über tausende machen. Okay, wenn du diese ganzen Daten hier importiert hast, das geht quasi auch, ja, ratzfatz, dauert zwei Minuten. Dann kannst du dir auch die Performance anzeigen lassen. Ich habe das jetzt hier eingestellt, seitdem ich angefangen habe, mit diesem Depot das öffentlich zu tracken. Ist halt der 1. August 2017 hier oben. Habe ich das Ganze eingestellt. Und wenn ich jetzt, ich gehe ja quasi im nächsten Schritt, das wird ja alles automatisch gemacht. Ihr habt damit ja überhaupt nichts zu tun. Ich importiere nur, ich downloade die PDFs. Dann importiere ich die hier rein. Dann stelle ich hier letztendlich immer nur das Datum ein. Das heißt, ich nehme jetzt zum Beispiel den, das hatte ich jetzt hier vom bis 30. Juni. Das war vom letzten Depot-Update. Und dann habe ich hier ja einen Betrag. Jetzt seht ihr das nicht so gut. Hier drüben hast du dann die Auswertung. Aber wir sehen es auch. So, ihr seht es auch hier drüben. Absolute Veränderungen sind 297.000 Euro zum Beispiel. Und das würde ich dann quasi mit allen meinen Depots machen. Muss man aber nicht machen. Ist ja nur bei mir jetzt hier so ein Aufwand, weil ich x Depots habe, die ich quasi öffentlich begleite. Eigentlich hast du hier einfach deine Zahlen drinne stehen. Und dann geht es für mich weiter. Also wie gesagt, das dauert alles, keine Ahnung, drei Minuten. Dann geht es für mich weiter in meine Excel-Tabelle. Die habe ich natürlich auch einfach einmal angefertigt. Und dann trage ich hier einfach diese Daten ein. Das heißt hier, ja, werden halt einfach alle einzelnen Daten eingetragen. Und der Rest wird ja hier auch berechnet. Das ist ja hier dann immer, wie hoch die Kursgewinne sind und wie viel das akkumuliert ist und so weiter. Das wird ja dann alles von alleine berechnet. Das heißt, was muss ich im Großen und Ganzen eintragen? Wie viel ich bei der Comdirect habe, in den anderen Depots? Was für Investitionen ich getätigt habe? Und der Rest wird ja, achso, nein, und die Dividenden, das trage ich hier hinten auch händisch ein. Das sieht man hier. Da wird das alles wirklich alles zusammengetragen. Aber ansonsten berechnet sich der ganze Spaß ja von alleine. Das heißt, das dauert auch, lass es hochkommen, drei, vier Minuten sein oder so. Was die das Ganze dauert, wie ich die Daten noch eintrage. Dann habe ich hier unten immer noch die Auswertung von den Dividenden. Naja, und was ist das? Das ist jetzt endlich nur eine Excel-Tabelle. Das ist ja nur ein Diagramm, was von alleine erstellt wird. Naja, und die Daten dazu habe ich hier ja drin. Das heißt, das ist einfach nur eine, wenn ich hier was Neues eintrage, dann wird es automatisch hier unten mit ergänzt. Und bei der langfristigen Vermögensentwicklung, das ist ein kleines bisschen spezieller, das habe ich in einer anderen Tabelle. Aber wie funktioniert das? Das ist auch super, super simpel. Ich muss da jeden Monat nur einen neuen Wert quasi eintragen. Das heißt, ich habe einmal quasi das Datum, das Vermögen und die Investition. Das sind die Sachen, die ich hier habe. Sieht man hoffentlich ganz gut. Vermögen, Investitionen. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel, ich habe im Juli 2017 angefangen. Da war das Vermögen 0 Euro und ich habe 0 Euro investiert. Dann haben wir den August 2017. Da habe ich von mir aus ein Vermögen gehabt von 250 Euro, weil ich 250 Euro investiert habe. Dann haben wir den September 2017. Da habe ich ein Vermögen von mir aus von 510 Euro und hat auch 250 Euro investiert. Und so entsteht dann langfristig diese Entwicklung. Das ist halt eine ewig lange Liste, die bei mir super lang nach unten reicht, weil ich das quasi seit Juli 2017 tracke, seitdem ich hier angefangen habe. Und damit die Investitionen, da gibt es dann am Schluss hier unten irgendwo, das heißt, irgendwie Gesamt oder so. Das ist dann die Gesamtinvestition und da ist hier einfach eine Summe drin, wo all diese Sachen zusammengerechnet werden. Wie viel ich in Summe quasi investiert habe. Wären in dem Fall jetzt quasi hier 500 Euro und hätten Vermögen von 510. Und dann hat man hier quasi so den Unterschied. Und das ist das, was man hier sieht, wenn man hier, wenn ich hier drüber gehe, Reihe, Investitionen, Punkt, sind 293.000 versus das, was investiert ist. Und so entsteht quasi auch diese Tabelle. Aber die ist quasi einmal erstellt. Und alles, was ich im Monat mache, ist, ich gucke, okay, wie viel habe ich investiert? Diesen Wert hier, den nehme ich, den packe ich hier rein. Und ich gucke, wie hoch ist das Vermögen zum Ende des Monats? Das ist dann der Wert, den trage ich hier ein, aktualisiere die Tabelle und das Diagramm und das war's. Das heißt, das dauert auch, keine Ahnung, eine Minute oder sowas. Und wenn das alles erledigt ist, dann mache ich am Schluss jetzt immer noch eine Sache. Und zwar gehen wir hier nochmal zurück zu Portfolio Performance. Und zwar gibt es hier auch noch eine schöne Anbindung. Und zwar, wenn man hier oben auf Online drückt, dann habe ich eingepflegt, dass meine Daten hier aus dieser Tabelle automatisch auf DivDiary hochgeladen werden. So, Achtung, beim Import wird ein bestehendes Depot überschrieben. Okay, passt alles. Der Upload wurde erfolgreich abgeschlossen. Jetzt gucken wir mal, wie das Ganze bei DivDiary aussieht. Da bin ich hier eingeloggt. Das kann man quasi einfach miteinander verknüpfen. Und jetzt habe ich hier quasi auch online mein Portfolio einsehbar. Es gibt auch dazu einen Link in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch auch quasi immer in Echtzeit quasi mein Depot angucken. Das Ganze ist öffentlich. Und da kann man sich nämlich, da gibt es einen schönen Dividendenkalender. Das heißt, ich weiß genau, wie viel Dividende jetzt im folgenden Monat kommen wird. 235,99 Euro. Und an welchen Tagen welche Dividende kommt, das weiß ich schon. Auch für den August sind die ersten Zahlen auch schon eingetragen. Ja, da habe ich quasi auch noch eine Dividendenübersicht und weiß genau, wie viel kommen wird. Und das ist der Aufwand davon ist, ich drücke hier drauf auf DivDiary hochladen und fertig. Das heißt, wir haben Schritt für Schritt, ich muss mich jeden Monat quasi einmal in die Depots einloggen. Muss die ganzen PDFs auswählen und einmal herunterladen drücken. Dann importiere ich die einfach nur in die Ordnerstruktur hier rein. Dann importiere ich die Datei, importieren PDF, Bankdokumente, alle hier rein. Damit war es das. Okay, vielleicht wenn ich eine neue Aktie dabei habe, dann muss ich einmal neues Wertpapier hier hinzufügen. Aber ansonsten war es das auch. Dann gucke ich mir hier, dann stelle ich das richtige Datum ein, dass ich die absoluten Zahlen hier habe, wie hoch das Vermögen ist und so weiter und so fort. Das nehme ich, packe es in die Excel-Tabelle, trage das Ganze hier ein. Also ich muss nur den Wert eintragen, den Wert eintragen, die Investitionen und die Dividende. Der Rest wird dann quasi von alleine berechnet und ganz am Ende, achso, Moment, da muss ich das hier, die Dividenden, das ist eine Zeile nach unten ziehen. Und hier quasi diese Vermögensübersicht aktualisieren, lasse es auch zwei Minuten, eine Minute dauern oder sowas. Dann geht es zurück zu Portfolio Performance online, das Ganze auf Diff Diary hochladen und das Ganze ist online aktualisiert. Und ich weiß auch immer genau, wie viele Dividenden es geben wird und auch, wann das der Fall sein wird. So, das heißt, das Ganze ist kein, sieht jetzt erstmal nach ein bisschen mehr aus, aber wenn man das runterbricht, dann sind das halt immer, ja, 10 oder lass es vielleicht 15 Minuten sein. Meistens, wenn ich dann einmal bei den Dividenden bin und dann gucke ich ein bisschen, dann vergleiche ich ein kleines bisschen. Ja, das macht halt Freude, ist halt ein Hobby. Ähm, aber ich würde auf jeden Fall empfehlen, grundsätzlich irgendetwas in dieser Art zu machen. Und ich finde mein System eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen, weil wir dürfen nicht vergessen, es geht hier, ja, auf der einen Seite könnte man sagen, es ist ein Hobby. Auf der anderen Seite muss man sagen, es geht um viel Geld. Und das ist ein Hobby, wenn man, also, wenn du Einzelaktien kaufst, wenn du ETFs kaufst, wenn du einfach nur ein MSCI World hast, dann ist das egal. Ähm, dann musst du das nicht unbedingt machen. Ich würde dir dennoch empfehlen, so etwas zu machen hier. So eine Tabelle ist unfassbar motivierend, ehrlich. Wenn du dann mal einfach, ich gehe jetzt hier mal zwei Jahre zurück, ähm, keine Ahnung, da habe ich im März gerade die, im April die 100.000 geknackt. Und jetzt springen wir zurück und es sieht so aus. Das, das ist unfassbare Motivation, ähm, kann ich nur sagen, so die langfristige Entwicklung, sich anzugucken, sowas, würde ich auf jeden Fall auch empfehlen, wenn du, wenn du nur ETFs hast. Du musst das nicht mit Portfolio, Performance und dem ganzen Spaß machen, musst du nicht machen. Aber wenn du Einzelaktien hast, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, so etwas zu machen. Und zwar einfach aus dem Grund, damit du gucken kannst, wie deine Performance ist. Ja, ich sage jetzt nicht, du musst den S&P 500, den MSCI World schlagen oder sowas. Was ich weiß, ist, dass es für viele einfach ein Hobby ist, aber wenn du einfach eine katastrophale Performance hast, keine Ahnung, über drei, vier, fünf Jahre hast du eine schlechtere Performance von mir aus, aus der DAX oder sowas. Ähm, und wenn man nur sich Aktien anguckt, vor allem, wenn du noch kaufst und verkaufst, dann ist es unfassbar schwer, da einen Überblick zu haben. Portfolio, Performance nimmt dir das ja alles ab. Wir können uns das hier zum Beispiel mal angucken. Ähm, das ist jetzt, wir gehen hier mal nach drüben, das sieht, so sieht das bei mir aus. Mein Depot ist das in schwarz, das heißt, ich gehe hier, wenn wir hinten jetzt gucken, zum 30. Juni habe ich eine Performance, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, irgendwie von 63 Prozent und das liegt quasi dort, wo ein MSCI World tesaurierend in etwa liegt. Der S&P 500 hat eine bessere Performance als ich, wobei das lange Zeit auch ansatzweise gleich war, aber inzwischen bin ich doch 20 Prozent abgeschlagen. Das Jahr 2020 und 2021, insbesondere, glaube ich, das Jahr 2020, war katastrophal für mich. Aber wenn du jetzt hier, keine Ahnung, du hättest eine Performance, ähm, na, warte mal, nehmen wir mal das hier. Du hättest eine Performance, die irgendwo hier unten liegt, beim DAX oder vielleicht noch drunter, unter dem DAX, so, hier könnt ihr mich noch sehen, dann sollte man sich doch Gedanken machen, ob nicht einfach man eher auf ETFs setzen sollte, als auf die Einzelaktien. Das heißt, du musst schon irgendwie kontrollieren, wie deine Rendite ist. Und das ist unfassbar schwer, wenn du regelmäßig kaufst, wenn du verkaufst und wenn du sowas eigentlich nicht pflegst. Von daher kann ich dir wirklich den Tipp geben und gerne das auch so machen, wie ich das mache. Also, es dauert, keine Ahnung, 10 Minuten im Monat, auch wenn du viele Käufe und Verkäufe hast. Ich kaufe auch wirklich viel, ich habe, keine Ahnung, 30, 35 Käufe im Monat oder sowas. Das geht alles relativ einfach, auch wenn du mehrere Depots hast, ist alles kein großer Aufwand, aber du hast wirklich die Übersicht, das motiviert und das sorgt auch dafür, dass du einfach weißt, okay, wenn es wirklich katastrophal läuft, da musst du irgendwann gegensteuern und dann ist es vielleicht ein Hobby. Machst das mit einem kleinen bisschen Geld, aber ansonsten setzt du auf die ETFs, weil das ist, ja, jedes Hobby kostet Geld, aber dieses Hobby kann unfassbar teuer werden und letztendlich geht es um den Vermögensaufbau, beziehungsweise für viele um die Altersvorsorge und da sollten noch andere Aspekte im Vordergrund stehen, als nur der Spaßfaktor. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen. Es ist nicht so aufwendig. Ich habe dir soweit alle Tools und Erklärungen und so weiter unten nochmal in die Videobeschreibung reingepackt. Ich denke, das soll es gewesen sein. Sollte es das Bedürfnis nach einem Portfolio-Performance-Tutorial geben, so wie ich das mache, dann lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich wäre aber sehr auch interessiert, wenn du eine andere Möglichkeit hast, wie du deine Vermögen, deine Aktien, Investitionen trackst, dass du genau solche Auswertungen hast und du hast da vielleicht eine andere Form, dann wäre ich da ebenfalls sehr interessiert dran. So, lange Rede, kurzer Sinn, soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin.